Ja, ich spüre es schon, muss ich ehrlich sagen, und ich freue mich riesig drauf. Ich hatte das jahrelang in Wien, das ist echt was Besonderes. Und spätestens am Spieltag, wenn nicht schon vorher, werden es auch alle Spieler mitbekommen. Also es ist echt, ja, das kann man mit keinem anderen Spiel vergleichen. Und für mich waren diese Spiele eigentlich immer die geilsten, ich sage es wie es ist, weil es hat einen eigenen Flair, also das ist echt so, wo du vielleicht am Feld sagst, elf gegen elf, nee, es ist irgendwie das ganze Stadion so, ja, steht hinter dir. Und ja, es ist, man kann es nicht erklären, aber ich freue mich riesig drauf. Hallo Unioner, ich bin Christopher Trimmel, das ganze Interview gibt es im Programmheft und auf AFTV.